Wir sind mitten in der Predigt-Serie Begegnungen mit Jesus. Menschen, die Jesus begegnen im Johannes-Evangelium, heute begegnen zwei trauernde Schwestern Jesus. Der Titel der heutigen Predigt lautet, Wer bringt die Welt wieder in Ordnung? Und der Predigt-Text lautet Johannes 11, 1-45. Dieser Text ist sehr lange. Ich werde auszugsweise daraus vorlesen, während der Predigt. Ich bitte diejenigen, die eine Bibel dabei haben, die nun mit, die hervorzunehmen und mitzulesen, kann mir dann besser folgen. Und ich beginne mal mit den ersten drei Versen, Johannes 11, Vers 1-3. Johannes 11, Vers 1-3, da steht, Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füsse mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Es steht hier, es lag aber einer krank. So beginnt unser Predigtext. Die Welt ist nicht in Ordnung. Das war das Thema der letzten Predigt, letzten Sonntag mit der Frau am Brunnen. Und heute sehen wir auch wieder, die Welt ist nicht in Ordnung. Während dieser Zeit, in der wir uns jetzt versammeln, sterben fünf Kinder an den Folgen von Misshandlung und Gewalt. Nur während dieser Zeit, weltweit. In dieser Zeit sterben hundert Menschen durch Verkehrsunfälle und tausend Menschen wegen Krebs. Hunderttausend Menschen in dieser Stunde erfahren, dass ihre Liebsten einfach nicht mehr da sind. Jetzt noch da, nach diesem Gottesdienst nicht mehr da. Die Welt ist nicht in Ordnung. Es lag aber einer krank. Dieser eine, das war Lazarus. Und von dem heisst es, ein Mensch, den Jesus lieb hatte. Den du lieb hast, der liegt krank. Wir sehen hier, dass auch Menschen, die Jesus lieb haben, auch Menschen, die Jesus lieb hat, werden krank. Auch Menschen, wie wir, die wir Jesus lieb haben, müssen ab und zu Schweres erleiden. Ich denke an Krankheiten. Ich denke an schwere Schicksalsschläge. Zerbrochene Beziehungen. Finanzielle Katastrophen. Verschiedene Übel. Todesfälle. Und wir erleiden sie. Egal, egal, wie wir uns vorbeugen, egal, wie wir unser Leben gestalten, egal, was wir anstellen, um reich, gesund, beruflich, erfolgreich und in Freundschaft und Familie glücklich zu sein, egal, was wir tun, irgendwann einmal kommt der Moment, wo unser Glück auf die Probe gestellt wird. Irgendwann einmal kommt der Moment, der unser schönes Leben beschädigt, ja, ruiniert. Mit noch so viel Geld, Macht und Planung, wir können es nicht verhindern, dass auch wir, die wir Jesus lieb haben und wir, die Jesus lieb hat, dass wir Schweres erleben. Vor einer Woche kamen sechs junge Menschen aus Adelboden in einem Verkehrsunfall da in Schweden ums Leben. Nehmen wir an, ihr habt davon gehört, Blick, 20 Minuten, Aargauer Zeitung, alles war ja voll davon. Und letzten Mittwoch hat Samuel, ein Gemeindemitglied, hier uns erzählt, dass der sechste dieser Jungs, derjenige aus dem Mittelland, das war sein Neffe. Samuel aus unserer Gemeinde ist direkt betroffen. Gestern Abend am Jugendgottesdienst kommt ein junger Mann, ich komme mit ihm ins Gespräch, er sagt, er ist da aus der GFC Aarau, habe ich ihn gefragt, du kennst du diesen jungen Mann? Er sagt, ja, das war mein bester Freund. Wir haben jeden Sonntagabend zusammen gebetet. Einfach nicht mehr da. Samuel hat uns ja gesagt, das waren so tolle Jungs, so mit Jesus unterwegs. Warum? Warum? Lazarus ist schwer krank. Und Jesus hört davon. Und es heisst dann in Vers 6, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Also wenn ich das so lese, denke ich mir, Jesus, warum? Da ist dein Freund schwer krank und du wartest noch zwei Tage. Jesus, warum wartest du und lässt deine Freunde in der schwersten Zeit ihres Lebens ganz alleine? Warum? Herr, wo bist du? Vielleicht hattet ihr diese Frage auch schon. Jesus, wo bist du? Herr, wenn du da gewesen wärst, sagen dann Maria und Martha, wenn du da gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Herr, wo bist du? Wir haben die Antwort in den Versen 4 und 5. Was steht? Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Wir sehen hier in diesen beiden Versen, warum Jesus wartete. Zuerst einmal sehen wir den Grund, oder eben keinen Grund, warum Jesus wartete. Nämlich, Jesus hatte diese Menschen lieb. Und wir denken manchmal, wenn wir etwas Schweres erleiden, hat mich Gott noch lieb. Oder ich muss das erleben, weil ich irgendwie... Und vielleicht habt ihr auch schon gehört, ja, das geschieht dem Recht, der erleidet nur und selbst schuld und so. Und wir sehen in der Bibel, Lazarus war nicht schuld. Maria und Martha waren nicht schuld. Gottes Verherrlichung. Jesus hatte diese Menschen lieb und trotzdem mussten sie leiden. Also der Grund, warum Jesus wartete, war nicht, dass er sie nicht lieb hatte, sondern, weil es zur Verherrlichung Gottes dienen sollte. Wir kennen ja das Ende der Geschichte. Das ist super, wir wissen, wie es dann ausging. Es ist immer super, wenn man das Ende einer Geschichte kennt, oder? Gestern kam da vom Diakonenfrühstück nach Hause, dann habe ich gelesen, Beat Feuds zweiter Rang. Ich habe gedacht, super, jetzt schaue ich mir sein Rennen noch an, also seinen Lauf. Spart man sich ja Zeit, wenn man nicht alle Unbedeutenden anschauen muss, oder? Habe ich mir seinen Lauf angeschaut und dann so eine halbe Sekunde rückgeln. Und ich habe gedacht, es kommt gut. Es kommt gut, ich schaue einfach weiter, es kommt gut. Und dann plötzlich 0,0. Und dann habe ich gedacht, ja, schade, jetzt weiss ich, dass er es dann doch nicht ganz schafft. Aber jedenfalls, wenn man das Ende der Geschichte kennt, dann ist es ja ganz einfach. Aber Maria, Martha, Lazarus, die kannten das Ende der Geschichte noch nicht hier. Die erleiden Schweres, obwohl Jesus sie so lieb hat. Jetzt, Jesus wartet deshalb, zwei Tage, dass er dann, wenn er ankommt, dass dann Lazarus bereits vier Tage tot ist. Und jetzt können wir ja vielleicht rechnen. Zwei Tage wartet Jesus, Lazarus ist schon vier Tage tot. Also selbst wenn Jesus sofort sich auf die Socken gemacht hätte und gegangen wäre, wäre er immer noch zu spät gekommen. Das sehen wir mal. Aber es gibt einen ganz tiefen Grund, oder einen tieferen Grund, warum Jesus wartete. Und zwar war es so, dass der Volksglaube der Juden damals, der war, dass beim Tod eines Menschen die Seele noch drei Tage wartet. Das ist nicht Bibel. Das war der Volksglaube damals. Also die Seele wartet drei Tage und am vierten Tag geht die Seele weg, weil jetzt besteht, nach dem Volksglauben, keine Hoffnung mehr, dass die Seele da wieder, dass eine Wiederbelebung möglich wäre. Und man glaubte auch, dass nach dem dritten Tag die Verwesung einsetzt. Die Bibelkundler unter uns kennen Verse wie, Jesus, sein Leib wird die Verwesung nicht sehen. Ja, der war nur drei Tage, oder, im Grab. Am vierten Tag setzt die Verwesung ein, so der Volksglaube. Und so wartete Jesus und macht dann das grösste Wunder seines Lebens, menschlich gesprochen. Er hat keinen anderen Menschen vom Tod auferweckt, der länger als drei Tage tot war. Ich glaube, in der Bibel gibt es kein Beispiel dafür. Und Jesus macht dieses Wunder. Das grösste Wunder. Es war Gottes Plan. Sollte zur Verherrlichung Gottes dienen. Jesus wartete also, damit Gott verherrlicht würde. Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät. Er hat alles unter Kontrolle. Ist das tröstlich? Ja, also nicht wirklich. Also, Gott kommt nie zu spät. Er hat alles unter Kontrolle. Das heisst doch, ihm ist mein Leben bis jetzt nicht entglitten. Und dann bedeutet das im Umkehrschluss, das alles Schwierige, was ich bis jetzt erlebt habe, war in Gottes Plan. Er hat es zugelassen. Er kommt nie zu spät. Es ist nicht unbedingt tröstlich, wenn man ganz viel Schweres erlebt hat. Es gehörte zu Gottes souveränem Plan, dass du, dass sie das und das erlebt haben. Bonhoeffer wusste das auch, dass Gott alles in seiner Hand hat. Er war im Konzentrationslager 1944 und dann hat er das berühmte Lied geschrieben von guten Mächten. Und wir singen das oft auch zum Jahresanfang. Passt ja auch gut. Er hat es auch zum Jahresanfang 1945 dann ja herausgegeben. Und dann singen wir so und ich stehe da so mit euch zusammen da vor diesem Lied und dann heißt es in der dritten Strophe Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und ich stehe so da und denke mir, nein, dankbar den Kelch, der gefüllt ist, nein, das kann ich nicht singen. Und dann singe ich es trotzdem. Und ich sage, und ich will damit bezeugen, Jesus, du darfst. Du darfst mir diesen Kelch reichen, auch wenn ich ihn vielleicht mit Zittern nehme. Aber du darfst. Gott, du bist Gott. Du bist der Schöpfer. Ich bin nur Mensch. Ich bin nur Geschöpft. Gott darf. Das musste ich mir im letzten Jahr oft sagen. Gott darf. Das schrecklichste Ereignis, das ich im letzten Jahr erlebt habe, war der Todesfall eines sehr guten Freundes. Er hatte den letzten Tag Studium, Theologiestudium, war gewählt als Kandidat, Pastor in einer freien evangelischen Gemeinde. Dann am Freitagabend kauft er sich noch etwas zu essen, eine Wurst, und er stickt an dieser Wurst, kurz bevor er in den Teenager-Club gehen wollte, weil er dort Leiter war. Nicht mal 35 Jahre alt wurde er. Zurückblieben seine Frau, drei kleine Kinder. Ich habe mir da oft die Frage gestellt, warum? Gott, warum nimmst du mir einen so guten Freund, mit dem ich so tiefe Gespräche hatte? Gott, warum lässt du das zu, dass einer der besten Theologiestudenten, wie mir gesagt wurde, einer der besten genommen wird? Warum? Ich habe keine Antwort. Bis jetzt nicht. Ich habe keine Antwort. Aber Gott darf. Gott darf. Das war mein erster Punkt. Die Welt ist nicht in Ordnung. Ich komme zum zweiten Punkt. Wer ist derjenige, der diese Welt, die nicht in Ordnung ist, wieder in Ordnung bringt? Wir sehen das in den Versen 17 bis 36. Ich lese da mal ein paar Verse vor. Vers 17. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Vers 20. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Vers 32. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Nach zwei Tagen geht Jesus, kommt dann an in Bethanien, neben Jerusalem und dort trifft er auf viele Juden, die trauern. Vers 19. Martha hört davon, geht raus zu Jesus und sagt Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Dann spricht Jesus mit Martha und dann kommt Maria und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Zwei trauernde Schwestern. Dieselbe Situation, die genau gleichen Worte und eine total unterschiedliche Reaktion von Jesus. Mit Martha, da sehen wir, da tritt Jesus in eine Diskussion. Er sagt dir, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Sie sagt, ja, das glaube ich auch, er wird mal auferstehen, klar. Sagt er, hey, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Martha sagt, ja, ich glaube das. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Christus, der kommen soll, der Messias. Mit Martha diskutiert Jesus. Und er zeigt sich als wahrer Gott. Wir haben es vorher ja gesungen. Was für ein Mensch, was für ein Gott. Jesus sagt, ich bin Gott. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Ich bin's. Ich bin Gott. Und er sagt, schau, ich habe alles im Griff. Ich bin Gott. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Martha sagt, ja, ich glaube es. Und sie wird dadurch getröstet. Und dann kommt Maria und sagt das Gleiche. Und jetzt wiederholt Jesus nicht noch einmal die gleichen Worte. Er sagt kein einziges Wort. Das Einzige, was er macht, ist, er weinte. Und jetzt für die Jungen unter uns. Johannes 11, Vers 35 ist der kürzeste Satz, Vers der Bibel. Und er hat genau drei Wörter. Nicht fünf, wie beim Quiz gestern Abend. Drei. Merkt euch das. Gut. Also, Jesus weint im Deutschen manchmal sogar nur zwei Wörter. Und Jesus weinte. Mehr macht er nicht. Jesus begegnet hier Maria als Mensch. Er weint. Er fragt, Wo habt ihr ihn hingelegt? Ja, als Gott müsste Jesus nicht fragen, wo ist er? Aber er ist ganz Mensch. Wo habt ihr ihn hingelegt? Jesus ist ganz Mensch. Und er begegnet Martha, so wie sie es gerade braucht. Mit dem Dienst der Wahrheit. Dienst der Wahrheit. Und er begegnet Maria, so wie sie es gerade braucht. Mit dem Dienst der Tränen. Dienst der Tränen. Denn das ist das, was sie im Moment am meisten braucht. Jeder von uns braucht zu gewissen Zeiten den Dienst der Wahrheit und zu anderen Zeiten den Dienst der Tränen. Manchmal brauchen wir die aufrüttelnde Wahrheit, die ganz unbequem ist. Wir brauchen vielleicht den einen Freund, der uns mal sagt, wie es wirklich um uns steht. Wir brauchen den, der uns vielleicht mal ein SMS schreibt, ein WhatsApp schreibt, einen Brief schreibt oder ein Wort mitgibt. Das sagen wir dann, also das hätte ich jetzt nicht unbedingt gerne gehört. Das war jetzt überhaupt nicht das. Nein. Und dann regen wir uns vielleicht noch einen Moment auf und vielleicht nach einer halben Stunde, nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Jahr oder was auch immer, 20 Jahren. Wirklich, oh eigentlich doch. Dienst der Wahrheit. Dienst der Wahrheit. Das ist wie so bei der Operation, der Schnitt der Erste. Oder die Spritze. Die tut weh. Vielleicht hatte jemand von euch gerade eine Operation. Und dann das schmerzt ja und vor allem danach läuft man vielleicht noch an Stöcken rum und man merkt immer noch, diese dumme Operation, selten denken wir so. Weil die Operation, die war ja der Moment, wo es dann wieder besser wurde. Hoffentlich. Die musste sein. Und manchmal müssen in unserem Leben Wahrheitsdinge gesprochen werden, damit es wieder gut kommt. Dienst der Wahrheit. Aber dann gibt es Momente, Zeiten, da brauchen wir einfach jemanden, um uns auszuweinen. Keine Worte. Nur jemand, der mit uns still da sitzt, vielleicht mitweint, spaziert, einfach da ist. Dienst der Tränen. Nun, das Problem ist ja, bei uns Menschen, dass uns manchmal die Weisheit fehlt, im richtigen Moment jetzt richtig zu handeln. Ich denke, ich habe auch schon Menschen, die so traurig waren, da noch etwas gesagt und es war einfach falsch. Und vielleicht gab es auch schon Momente, da habe ich nichts gesagt und hätte etwas sagen sollen. Manchmal fehlt uns diese Weisheit. Jesus, er hatte diese Weisheit. Jesus, er war derjenige, der, wenn er mitfühlend sein sollte, auch mitfühlend war und nie streng. Und er war derjenige, der nie mitfühlend war, wenn er streng war. Jesus war der Löwe und das Lamm. Oder er ist der Löwe und das Lamm. Er ist der Löwe und das Lamm. Er ist also zärtlich, ohne schwach zu sein und stark, ohne hart zu sein. Oh, ich finde diese Sätze so schön, ich sage es nochmal. Er ist zärtlich, ohne schwach zu sein und stark, ohne hart zu sein. Ich weiss nicht, was du in der jetzigen Situation gerade brauchst. Vielleicht brauchst du im Moment gerade jemanden, der einfach Mitgefühl hat. Mit dir mitweint. Dich annimmt. Dienst der Tränen. Aber vielleicht brauchst du jetzt auch gerade jemanden, der dir die Wahrheit sagt. Der dich zum Umdenken bewegt. Zur Umkehr herausfordert. Der sagt, kehr um. Denke um. Lass diese Verbitterung los aus deinem Leben. Du bist nie nur Täter, du bist immer auch, nie nur Opfer, du bist immer auch Täter deiner selbst. Oder wir denken, aber der andere ist schuld, aber der, aber der, und dann noch dazu mal. Habe den Mut, dich selbst zu führen. Vielleicht brauchst du mal so ein Wort der Wahrheit, das tut dann weh. Lass die Verbitterung los. Gib sie ab. Oder vergib. Vergib. Es wird auch dir gut tun. Oder nimm diese Sache aus Gottes Hand an. Nimm es an. Auch wenn wir nicht verstehen, warum. Warum hat Gott das zugelassen? Und ich nehme es an aus Gottes Hand. Wort der Wahrheit. Ich möchte heute Morgen ermutigen, schüttet euer Herz bei Jesus aus. Ganz ausschütten. Martha und Maria haben Jesus ihr Herz ausgeschüttet. Als er Jesus kam, haben sie ihm gesagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann. Und vielleicht ist heute der Moment, wo wir auch mal sagen, Jesus, wenn du damals da gewesen wärst, dann. Und wir schütten unser Herz aus. Maria und Martha sagen, was sie zutiefst beschäftigt. Und dann kommt Jesus mit einem Wort der Wahrheit oder mit dem Dienst der Tränen. Und das wünsche ich mir heute für euch. Dass Jesus euch jetzt in dieser Situation vielleicht eine Wahrheit mitteilt. Oder einfach mit euch mitweint. Traurig ist. Der zweite Punkt. Wer ist derjenige, der die Welt wieder in Ordnung bringt? Er ist ganz Gott, wurde ganz Mensch und er hat die Weisheit, uns so zu begegnen, wie wir es brauchen. Kommen wir zum dritten Punkt. Was tut denn derjenige, der die Welt in Ordnung bringt? Lest dazu Vers 33. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Ergrimmte. Das gleiche Wort steht auch in Vers 38. Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Hier haben wir ein ganz spezielles griechisches Wort. Die meisten deutschen Bibeln haben nicht den Mut, das wörtlich zu übersetzen. Die neue Genfer Übersetzung macht es noch fast am besten, habe ich den Eindruck. Neue Genfer Übersetzung steht Vers 33. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz, bis ins Innerste erschüttert. Dieses Wort, das hier steht, meint wörtlich vor Zornbrüllen. Nehmen wir an, wir alle waren schon mal so in, da hat es in uns gekocht vor Wut. Also alle Mütter und Väter vielleicht. Da kocht es vor Wut, oder? Das kommt dann schon wieder gut, aber vor Zornbrüllen. Jesus war so etwas von hässig. Er kochte. Er war wütend. Auf wen? Auf Maria. Auf die Menschen, die da traurten und weinten. Nein. Jesus kochte vor Wut auf den Tod. Auf den Tod, auf das Leid, auf das Böse, nicht auf Menschen. Jesu Zorn richtet sich hier gegen den Tod. Er sagt nicht, ja, liebe Menschen, wisst ihr, ihr müsst euch halt damit abfinden, dass immer wieder mal jemand stirbt. Das gehört dazu. Wisst ihr, der Tod, der gehört zum Leben. Dazu lese ich heute oft. Jesus hat das nie gesagt. Für ihn war der Tod etwas absolut Perverses, der nicht in diese Welt hineingehört. Jesus sagt nicht, der Tod, der gehört dazu. Und irgendwie spüren wir das zutiefst in unserem Herz. Dass wir nicht dazu geschaffen wurden, um einmal zu sterben. Das spüren wir. Wir spüren auch, dass wir nicht dazu geschaffen wurden, um Abschied zu nehmen von einem lieben Menschen. Dazu wurden wir nicht geschaffen. Wenn wir so theologische Aussagen machen, ist es immer ganz wichtig, dass wir die ganze Bibel betrachten. Und am Anfang der Bibel steht, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat und es gab keinen Tod. Und am Schluss der Bibel steht, Jesus wird wiederkommen, dann folgt das jüngste Gericht und es gibt wieder Gerechtigkeit. Und dann wird Jesus diese Erde erneuern oder er wird eine neue Erde schaffen und wir bekommen dann einen neuen Leib, ein neues Leben. Wir bekommen dann den Leib und das Leben, das wir uns immer gewünscht haben, aber nie hatten. Wir bekommen dann den Leib und das Leben, das wir uns immer gewünscht haben, aber nie hatten. Es wird ein herrliches, vollkommenes, unvorstellbar schönes Leben in einer erneuerten, materiellen Welt sein. Der Tod gehört nicht zum ursprünglichen Plan Gottes. Jesus hasst den Tod. Ich kann sagen, ich hasse den Tod auch. Ich hasse Krebs. All diese lieben Menschen, von denen wir uns schon verabschieden mussten. Ich hasse das Böse, das Leid. Jesus hasst es auch. Und jetzt stellt sich mir die Frage, Jesus, aber wenn du doch das Böse so sehr hasst, warum machst du dann nicht einfach so? Und alles Leid und alles Böse würde vernichtet werden, müsste verschwinden. Warum machst du nicht einfach so? Gott könnte doch alles Böse verschwinden lassen. Gott könnte. Ja, ich denke, diese Geschichte zeigt uns, Gott kann. Jesus sagt drei Wörter. Er sagt, Lazarus, komm raus. Oder wörtlich, griechisch, Lazarus, daher, komm. Das war ein klarer Befehl. Martha hat noch gesagt, mach es nicht, Jesus, mach es nicht. Der stinkt schon. Herr, er stinkt schon, steht auf Vers 39. Der liegt seit vier Tagen. Mach es nicht. Und Jesus sagt, Lazarus, daher, komm. Und er steht auf und kommt. Jetzt stelle ich mir so vor, wie der Lazarus herauskommt, heingewickelt und so sagt, zack, da bin ich wieder. Nein, nein, ich denke, er hat so gedacht, Mann, oh Mann, jetzt muss ich dann noch einmal sterben. Oder? Vielleicht war das gar nicht so cool für den. Der war jetzt schon in der Herrlichkeit, also noch nicht auf dem neuen Himmel, auf der neuen Erde, die wird ja erst noch geschaffen, aber so in der Herrlichkeit, jetzt denkt er, oh nein, jetzt bin ich da wieder unter euch. Leid, Böses. Und dann musste er noch einmal sterben. Der Tod war noch nicht besiegt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wisst ihr, Jesus könnte mit dem Fingerschnipsen und das Leid, das Böse würde vernichtet werden. Aber wir alle mit. Denn das Böse ist nicht einfach nur um uns herum. Das Böse ist in unserem Herzen drin. Wir sind böse von Jugend auf, sagt uns die Bibel. Und das meiste Leid, das geschieht auf der Erde, oder ganz viel Leid, ist das Zwischenmenschliche. Das, was wir selbst verursachen. Und wenn Jesus Gott so machen würde, dann würden wir mit vernichtet werden. Ich glaube, Gott hat nur zwei Möglichkeiten, auf das Böse, auf das Leid zu reagieren. Erste Variante, und alles vernichten und uns mit. Die zweite Variante, Erlösung durch einen ganz, ganz langen, schmerzlichen Weg. Für uns schmerzlich, aber vor allem für Jesus schmerzlich. Er, der den Himmel hatte, hat den Himmel für uns verlassen. Und wenn wir jetzt den ganzen Text miteinander betrachtet hätten, hätten wir gesehen, Jesus wartet, und die Jünger waren noch ganz froh, dass er wartet. Denn sie sagten, Jesus, komm, wir gehen nicht nach Judäa zurück, dort will man dich umbringen. Und Jesus war bereit, nach Judäa zu gehen. Und dann ruft er, Lazarus, und in diesem Moment wusste Jesus, jetzt habe ich mir mein eigenes Grab geschaufelt. Mein eigenes Grab bereitet. Denn, nachdem er Lazarus herausgerufen hat, haben sich die jüdischen Führer versammelt, Verse 46 und folgende, und haben gesagt, es ist besser, wenn einer stirbt, wenn einer solche Dinge tut. Nein, es ist besser, er stirbt. Indem Jesus das Wunder tut, schafft er sich selbst das Grab. Jesus war bereit, für uns zu sterben, am Kreuz von Golgatha. Er hat unsere Sünde getragen. Der Sündlose hat damit die Sünde besiegt, auch den Tod, alles Leid, dem er es auf sich nahm. Und jeder, nun, der seine Sünden Jesus bekennt, der erkennt, ja, ich bin Sünder. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind mir wichtiger als Gott. Die Predigt letzte Woche. Oder es gibt Dinge, die habe ich getan, die hat gefallen Gott nicht. Ich bin Sünder. Bitte vergib mir. Alle diejenigen erhalten Vergebung der Sünden. Und dann dürfen wir Jesus bitten, in unser Leben zu kommen. Und Jesus kommt durch den Heiligen Geist und wir werden zu Kindern Gottes und dürfen die Ewigkeit in der Herrlichkeit zubringen. Zusammengefasst wollte ich uns heute drei Punkte mitgeben. Erstens, die Welt ist nicht in Ordnung. Zweitens, derjenige, der die Welt in Ordnung bringt, ist ganz Gott, ganz Mensch und er kann uns so begegnen, wie wir es gerade brauchen. Und drittens, was hat derjenige getan, der die Welt wieder in Ordnung bringt? Er war bereit, selbst für uns zu sterben. Und so möchte ich heute Morgen alle ermutigen, kommt zu Jesus. Zu dem, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Glaubt an ihn. Vielleicht ist jemand heute hier, der hat noch nie bewusst gesagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Glaube heute an ihn. Vielleicht ist jemand hier, der ist so voller Unverständnis Unverständnis für das, was Gott zugelassen hat. Ich möchte euch ermutigen, legt dieses Unverständnis Gott hin. All die Dinge, die im Leben geschehen sind, die Gott zugelassen hat. Vielleicht ist jemand hier, der hat eine sehr schwere Kindheit. Sehr schwierige Beziehung zum Vater, zur Mutter. Vielleicht ist jemand hier, der hat so ein bestimmtes Ereignis erlebt. Sie ihn bis heute zutiefst prägt. Und wir fragen uns Gott, warum? Warum? Und ich möchte euch ermutigen, das vor Gott auszusprechen. Vielleicht ist jemand aber auch hier, der sagt, ich brauche jetzt gerade ein Wunder, so wie Lazarus, wäre doch super. Da muss ich sagen, Gott muss nicht. Gott darf das Schwere in unserem Leben zulassen. Gott muss nicht. Aber er kann. Er kann. Und so können wir wie mit Martha sagen, Vers 22, Aber auch jetzt weiss ich, was du bittest von Gott, dass wir dir Gott geben. Gott kann. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, diese Geschichte hier, die ist schon faszinierend. Und wir sehen so gut, wie du bist. Und ich wünsche mir, dass wir mit jedem Tag noch mehr erfahren und lernen, wie du wirklich bist. Der Löwe und das Lamm. Derjenige, der uns die Wahrheit mitteilt und mit uns weint. Jesus, danke, dass du uns siehst. Dass du gesehen hast, diese Welt ist nicht in Ordnung. Dass du gekommen bist und mit uns mitleidest. Aber was ich genial finde, ist, du leidest nicht nur mit, sondern du leidest. Du leidest wirklich. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, wenn Menschen hier sind, die schweres erlebt haben oder gerade durchmachen, begegne du ihnen jetzt während dieses Liedes mit dem Dienst der Wahrheit oder dem Dienst der Tränen, was jedes Einzelne in diesem Moment gerade benötigt. Amen.